Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Greif in meine Hose rein, mit deiner kleinen Hand. Was da drinnen heimisch ist, das gehört dem Herrn. Darum drück und streichl es, denn das hat er gern. Komm noch mit in die Sakristei, süßer Ministrant. Öffne meine Rosentür mit deiner kleinen Hand. Und was dann zum Vorschein kommt, das nimmt in den Mund. Lutsch daran, als wehe sei's, denn das ist gesund. Lutsch daran, als wehe sei's, denn das ist gesund. Lutsch daran, als wehe sei. Lutsch daran, als wehe sei. Schau, ich schenke dir ein Bonbon und dann darfst du gehen. Doch vergiss nicht, was wir zwei miteinander getan. Das geht außer Gott und uns keinen etwas an. Untertitelung des ZDF, 2020